Willkommen zurück bei Yoshi's Woolly World. Wir starten heute mit der Kirby-Kollektion. Ich habe noch eine Waddle Dee Amiibo, aber die funktioniert glaube ich nicht in dem Spiel. Diese hier allerdings schon. Hier, ich habe den hässlichen DDD und den Kirby. Ich habe natürlich auch noch einen anderen DDD, den habe ich nur um die Kollektion zu vervollständigen. Den anderen DDD, der liegt irgendwo rum. Meta Knight auch noch, aber der kommt wahrscheinlich erst im nächsten Part. Egal, wir starten einfach mal rein mit Kirby. Also bleiben wir gerade quasi ein pinker Yoshi. Naja, äh, hatte ich mir ehrlich gesagt eh nicht viel auch von der Kirby Amiibo hier. Aber, ja, sieht halt aus wie Kirby. Das Design ist halt ein bisschen langweilig auf dem Yoshi, habe ich das Gefühl. Aber, na gut, wir haben ja noch DDD danach. Der ist ja dann schon wieder etwas geiler. So, also zurück in Welt 3. Äh, ja, 3,5 sind wir inzwischen schon. Klausch, Klauschvogel, Flugschule? Okay. Keine Ahnung, egal. Wir gehen rein und hoffen, dass wir maximal 1 oder so verpasst haben. Dass hoffentlich keine Stempel sind, weil Stempel ist das nervigste zum Nachholen. Egal, ich gebe mir Mühe. Oh. Ich kann ihm seine Kinder klauen. Äh, okay, heute werfen wir die Dinger und nicht, äh, 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 Eier. Ist okay. Oh. Okay. Mal das erste dicke Secret gefunden. Shit. Ja, aber hier hinten ist nichts. Gut, wir haben hier fast keine mehr. Aber geile Eierersatz. Ich glaube, die gibt es auch noch in späteren Leveln. Und sind eigentlich ganz cool. Ich muss sie da auch. Geht mal her. Ich kann mich auch gut in deine Babys, okay? Ich brauche die Dinger nicht mal. Einfach nur aufpassen, dass die Dinger nicht ausgehen. Ach Gott, schau. Und dann wird das alles schon. Ich bin da einfach mit seinem Kind gekillt. Er war ja von einer anderen Mutter, ne? Das würde schon passen. Ich glaube, das verschwindet nicht mit der Zeit. Oh, da oben ist was. Da gibt es ja so doch, rolle. Okay. Jetzt nicht mehr. Da ist die Wolle auch schon direkt wieder weg. Wer macht Bock, das Level? Aber mal mit etwas anderem, als Wolle zu arbeiten. Ist eine gute Idee. Und was ist das hier eigentlich hier? Ich glaube, das sieht so komisch aus. Äh. Danke. Ach, das wollte ich nicht. Scheiße. Egal, die kann ich mich ja direkt wiederhelfen. Kann ich fetzen? Das ist jetzt gut normal. Ja, geil. Wie soll ich die jetzt besiegen, wenn der Cooper nicht mehr da ist? Spawn da irgendwie nochmal? Hä? Wie soll ich den besiegen? Ja, kacke. Ich muss, glaube ich, Damage spüßen. Cooper ist halt nicht mehr da. Habe ich ja da einfach reingeschossen. Ich würde mich nicht mehr wissen. Aber der Cooper war wieder da, Alter. Bin ich blöd. Der ist wieder da. Ich sehe ihn und denke mir nichts dabei. Und stattdessen erkehle ich mich einfach halb. Und smart auf jeden Fall. sein dass sie irgendwas versteckt ist hier zum beispiel ja hier ist nichts na stimmt das geht ja nicht wie schnell ich aber auch vergesse da wird doch sicher hinten was sein oder noch haben wir ja ich kann jetzt halt nicht wie ich hier irgendwas machen Wenn die halt nicht wirklich besiegen sind. Warte mal. Oh oh. Okay, haben wir keinen Anlass mit denen arbeiten? Geil. Das war ein lustiges Rätsel. Ich bin sicher eine von denen hat irgendwo was versteckt, aber ich weiß halt nicht wo. So, erstmal hier durch. Ich glaube die ist schnell genug. Ja komm wir eigentlich. Boah, Junge. Weit vor wie knapp. Aber hier muss ich nicht mehr machen. Ich glaube das ist nicht weit. Jetzt kann ich noch viel kurz für den Stimo holen. Ich wollte ihn halt nicht umbringen. Ich wollte ihn doch mal holen oder ey. Ich hab die Blume leckt mich. Oh mein Gott, ich glaub ich hab alle. Ah. Nein. Boah, fast noch drauf gegangen zum Ende. Alter. Ich bin die Herzen, oder? Egal. Egal, Herzen kann ich noch akzeptieren. Die Herzen stören mich nicht so sehr. Irgendein Collective übersehen ist viel trauriger, hab ich das Gefühl. Ich mein jetzt kann ich halt einfach durchs Level hier durchrushen, anstatt dass ich im Internet kurz nachschauen muss, wo befindet sich das Ding. Und das macht einiges angenehmer. Okay. Da ist aber auch, ich kann jetzt schon mal den nächsten Charakter aktivieren. So, Bonus-Spiel auch docken. Ganz ehrlich, ich glaub heute können wir mal, äh, hier. Ich glaub heute können wir mehr machen. Das geht's auch beim Bonus-Spiegel. Direkt die Dinger bekommen, gell. So, ich sag mal noch das sein. Ich will ja nicht von der Zeit jetzt noch übertreiben. Egal, ich spiel das Level jetzt einfach ganz kurz mit vollem Herz nochmal durch, bis gleich. Okay, das will ich euch natürlich auch noch zeigen. Hier hab ich grad neue Dampel freigeschaltet durch das Level. Aber ich muss ja wie gesagt nochmal spielen. Oh, den Yoshi ganz vergessen. Stimmt. Oh. Flauschvogel Yoshi. Süßer Name für den großen Yoshi. So, was erwartet uns die Zubatöle. Geil. Egal. So, bis gleich. So, mit vollem Herzen komplett durchgerannt. Und, äh, ja gut. Dann können wir jetzt noch das nächste Level starten. Ich hoffe dafür, äh, brauche ich nicht allzu lang. Weil dann können wir noch ein drittes Level machen. Und haben damit wieder, äh, ja, eine Welt beendet damit. Ich find's ja schön, wenn ich, äh, immer pro Welt in einem Part 3 Level mache. Und ich glaub, dieser Part ist es dann. Aber auch nicht, was mich in 3S erwartet. Das könnte halt krankhaft werden. Oder das Level ist so schwer, dass die Secrets nicht so schwer sind. Entweder zu stelle ich mir das mal vor. Also im Level davor, das war halt so schwer. Und ich hab vergessen, ein neuer Amiibo, äh, zu nehmen. Egal. Können wir jetzt machen. Wer weiß, vielleicht kommt Meta Knight heute auch noch dran. Aber erst mal DDD. Äh, ich find die Amiibo von der Kirby-Kollektion bei DDD ja da war hässlich. Bei Meta Knight und, äh, Kirby allerdings finde ich die, glaub ich, noch mal wieso schöner. Kirby hat ja so einen Stern auf dem er reitet. Und hier sieht halt geil aus, diese Farbkombo. Wär geil, wenn ich hier dann auch mal, äh, raus kann. Ich mein, der Part wird dann halt wahrscheinlich ein bisschen Überlänge haben, ne. Dass wenn ich 3 Level mache, ist klar. Aber ich glaub, das hatte ich bei Yoshi jetzt eh schon. So, Labyrinth voller Pfosten. Ja, voller Vollpfosten, wenn ich dem Ding gleich, äh, beitrete. Okay. Die Secrets sind hier halt so beschissen. Aber da steht Labyrinth, deswegen, das macht mir etwas Angst. Das sieht so aus, als wäre ich hier über mir schon was. Lass mal hier rüber. Geil. Kommt nur eine Wolle bis dahin und die braucht man einfach. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Wie soll ich hier eigentlich irgendeinen Durchblick haben? Ja, Nummer 4 halt. Ach, und da kommt man raus. Cool. Alter, ich habe hier voll einen Durchblick. Ja, Nummer 5. Das klingt eher. Hier war ich gerade eben. Warte mal. Gehe ich jetzt hier unten lang? Hier war genau das. Okay, dann bin ich zumindest da, wo ich freundlichen wollte. Wieder bei so einem Ding. Ist da auch was? Oh, ich dachte. Warte, das habe ich halt nur mitgenommen. Warte, ich muss hier nochmal lang, weil ich da noch mit mir hinkomme. Also hier kann ich denke ich weiter. Ich muss halt noch, nee, warte. Ich muss den Weg oben schon nehmen. Ich muss oben lang. Ich brauche das Ding und dann muss ich da rüber das WLAN wieder hoch machen. Alter, ist das kompliziert. Plötzlich muss irgendwas hoch machen. Damit ich da drüben einfach rüberkomme. Oder ich springe halt einfach von hier. Das geht natürlich auch. Alter, ich denke viel zu kompliziert schon wieder. So sinnlos. Das sieht aber schön aus. Nummer eins. Yes. Da drüben ist dann wohl auch schon Nummer zwei. Wo ich nicht hinkomme von hier, geil. Okay. Okay. Ich würde jetzt aber mal... Ich würde jetzt aber mal behaupten, man kommt irgendwie von rechts da hoch. Aber... Ich bin mir da schon wieder pein unsicher, Alter. Ich habe doch keine Ahnung, was ich hier überhaupt mache. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Ich fühle mich so beschissen an, was ich hier tue. Keiner, der gerne seine Zeit verschwendet und wenn ich dann sowas sehe, Alter, nehme ich da Platz miterkragend. Das ist ja irgendwo lang hier. Ich schätze es einfach mal hier. Dann komme ich irgendwie hoch. Ja, da oben ist auf jeden Fall was. Da hoch kommt keine Ahnung. Ah, das ist so blau. Hä? Das schießt mich ja gar nicht nach oben. Ich muss mich verarschen. Warte mal, so geht das. Ich muss mich... Okay, verstanden. Hier muss ich das Ding irgendwie eins höher bekommen. Ich glaube, ich habe es dann auch hier hoch. So, ich habe das Ding. Okay, dann kann ich das schieben. Das ist so. Oh, das passt so. das ding doch ganz reingeknallt ich verstehe nicht wie ich da hochkomme danke danke warum er mich erhört hat mir diesen block geschenkt damit kommen wir zu der blume wenn ich runter springen jetzt komme ich wieder hier jetzt gleich bei dem pinken kann ich doch rüber ich werde einfach von hier bis im flutterblut arbeiten wie sagt mir der fein wie er sich wundern soll ob ich da hoch oder was weil ich den schlüssel hab ich vertraue hier eigentlich gar nichts mehr so uns fehlt die dritte wolle wo ist denn die ich hab noch keinen plan ich sei einfach hier oder so ich werde das ganze reloaden die verpissen sich gerade alle wir funktionieren jetzt das ist doch gar nicht so schwer jetzt stelle ich mich genauso blöd an okay ich kann mal zumindest hier durch für die welche blume war das ja cool hier haben wir es halt aber wo die dritte wolle ist keine ahnung vielleicht bekommen wir es ja während der verwandlung ich weiß es nicht ich weiß ja nicht mal wo die verwandlung ist ach das stimmt hier komme ich ja nicht durch gröne nochmal den unteren weg ach wer wollte den unteren weg nochmal sehen schreibt es gerne in die kommentare ach du scheiße ach du scheiße ja cool aber das sagt mir jetzt quasi das spieler sich wie komme ich zur verwandlung also die verwandlung ist dann wohl ja die fünf stempel sind auf jeden fall da die bolle auch wie komme ich zur verwandlung ich hab doch keine ahnung ich glaube es wird jetzt aber auch äh metanide zeit naja machen wir doch noch metanide heute ich hatte wohl den eich im nächsten part mit game and watch machen aber mit game and watch finden sie auch sicher einen anderen partner weiß nicht bewohner oder so ne lucas funktioniert nicht ebenso wie koron weiblich wir werden schon was finden nein ich will nicht auf entspannt wechseln das ist viel cooler metanide sieht übrigens richtig geil aus metanide ist so ein cooler yoshi jamiibo in sich ist ja schon geil und der charakter auch auch wenn der wisse verstaubt wie ich sehe auch wenn der wisse verstaubt wie ich sehe ist er staubig überall egal egal ja schau euch diesen yoshi an alter sieht so gut aus mit den augen auch äh ja gut dann äh werde ich diesen scheiß raum suchen und dann hoffe ich dass wir bei der verwandlung so wie die dritte bolle als auch den rest finden regenbogen level kommt danach noch aber ich glaube das ist nicht so schwer egal dann bis gleich ich habe es gefunden hier kann man äh wenn man das klingt runter machen okay ich dachte ich würde jetzt runter gehen und dann wäre da was aber ne die tür ist einfach direkt da habe ich diesmal auch selbst gefunden nicht im internet gesucht ich suche ja vieles im internet aber äh da hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht zu bock da und wir müssen äh bühlen 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 und dann die die es war halt wirklich ja okay und das alles als secret egal wir haben es jetzt und ein level spielen wir jetzt noch scheiß drauf bis gleich so durch mit dem level und wir halten jetzt auch wieder neuen yoshi dadurch dass wir ja die eine wolle noch nicht hatten ich bin gespannt wie der denn jetzt aussieht was haben wir denn schon waren und was kann es überhaupt sein ich weiß nicht was zufälliges was nicht viel mit dem level zu tun habe keine ahnung ich habe bisher nur die ball farbe braun war es glaube ich einmal dann hat mir noch geld und weiß weil die wollen fahren die man sammelt die haben tatsächlich immer was der farbe des joshis posten joshi ok federleicht auf watte wolken da habe ich wahrscheinlich fett irgendwas übersehen wir verwenden versteckte dinge werden sichtbar richtig geiles ding eigentlich und das macht mir sehr viel einfacher das level jetzt zu kompetieren wenn ihr irgendwas unsichtbar wäre ich muss zeit mit dem gedanken spielen dass wenn etwas unsichtbar wäre das ist sehr aber werden stempel auch angezeigt das ist gut ja ich bin höher wenn ich äh 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 also ja das ding taucht jetzt einfach auf wegen dem ding wegen den teil was ich mitgenommen habe ja wer das denn stempel dann müsste ich bisher auch irgendwie hoch geschafft let's go wahrscheinlich der gewollte weg um hier hochzukommen aber ich nehme es mit alter auch in regenbogenfarben hier die einfach schön die seien so viel richtig schwer sein kann wenn man bei den 100 prozent hier ist so ein scheiß hätte ich zum beispiel nicht gefunden kann man stehen auch so muss zwei stempel warten ja auch wieder auf mich eine stunde ist gleich erreicht die stelle die hier sind das macht einiges leichter wie gesagt dadurch dass unsichtbares sichtbar wird das macht mir schon etwas leichter hier kommt man über die wolken irgendwie durch ein weiterer stempel auf dem spart und es kommt dann auch direkt die nächste verwandlung also in der welt haben sie einfach raus also was wird das ganze flugzeug jordi bleibt durch die lüfte und drücke b um deine gegner zu nuken geil oh man die gegner haben stempel ja geil ich bin so viel ich bin so viel, was ich übersehen könnte ja, komm her okay, vielleicht habe ich ja alles ich habe doch keine ahnung darf sie? übertreib halt was ist denn jetzt mit dem spiel los? vielleicht wollen die, dass man weiß, dass das ist einfach weil eins von denen wichtig ist, um weiterzukommen das wäre dann wohl das hier, oder wo ist es? das sieht überhaupt aus, als könnte man irgendwo runter oh yes nein ach komm schon, jetzt ist ein schönes level es macht Spaß zum spielen, aber ach man, wie viel die Blume ach man, wie viel die Blume das ist so alter jetzt müssen wir nochmal filmen man, hoffentlich bin ich noch alle Stempel und wenn nicht, dann wird es hoffentlich bei der Blume sein und Blumen sind ja auch kein Stempel in Verbindung, habe ich das Gefühl oh oh ja, ja komm komm ok, 19 Stempel ich habe das Gefühl, das war es mal den Level ich bete dafür, dass das letzte Ding bei der Blume ist ansonsten weiß ich nicht wo dann könnte ich ewig suchen ach, wahrscheinlich auch irgendwo während der Verwandlung oder so das Ding übersehen ich weiß es doch nicht ich weiß, dass ich rausgegangen bin mit 14 Stempeln mit 14 Stempeln bin ich rausgegangen aus dem Ding ach Gott, ja ne ne Scheiß mach ich ich kann nicht sterben ich wollte da runterspringen ich habe nicht gesehen, dass da so ein Zeug ist sorry aber ganz ehrlich die Map sollte euch einfach um an Punkte zu kommen aber ich will es nicht ich bin mir fast die 100.000 und ich nutze die ja eh kaum ach, ich muss den Scheiß nochmal suchen gehen wahrscheinlich in der Schussdinger ich muss ja erstmal die Blume finden erste Blume dann das andere Ding das ist alles für den Momiyoshi ja egal, der Part ist jetzt nicht so lang im Vergleich mit dem was ich sonst so mache teilweise ich suche das Ding bis gleich die Blume spawnt wenn ich die ganzen Teile einsammle ich bin am Arsch so, hab vergessen weiter zu machen ich habe hier gerade alle Teile eingesammelt also hier oben halt wenn die Plattform erscheint dann ist ja diese Münzung wenn man alles einsammelt dann taucht die Blume auf jetzt muss ich nochmal hier drin schauen ich hoffe der Stempel ist hier einfach ansonsten bin ich halt einfach am Arsch ich habe absolut keine Ahnung wo das Ding sonst sein soll ich werde aber gleich noch im Video nachschauen ob er jetzt am Ende 14 hat nach dem Ding ansonsten ich weiß jetzt besser die Steuerung ich werde jetzt aber versuchen halt abzuknallen ich hatte ja zum Ende auch ein paar Probleme weil ich irgendwas gesucht hatte ja da war's da war eine Münze hinter dem Ding versteckt boah danke ansonsten hätte ich keine Ahnung gehabt wo das sein sollte ich musste aber wirklich hier sein war ja alles andere das wäre mir ja irgendwie aufgefallen oder? in irgendeiner Art und Weise dadurch dass ich dann einfach dieses Teil dabei hatte was es mir anzeigt wenn irgendwas ein Stempel ist geil dann darf ich jetzt nochmal durchs Level rennen das glaube ich eh nicht mehr lang geht ja können wir jetzt zwei mitbringen aber auch noch gemeinsam machen jetzt Abschluss für diesen äh längeren Part weiß ich gar nicht ob wir schon mal einen längeren Woody World Part hatten wahrscheinlich schon aber naja es wird ja gerade mal einmal probiert sein dass ein Fahrzeug drin lang ist seit dem nicht scheiß wirklich äh wirklich hart rein nur zwei Level egal wir haben heute drei Level gemacht und äh hat es sich gelohnt für den Progress ja ja drei Level komplett abgeschlossen ich habe euch die komplette Glorby-Kollektion an Yoshi's gezeigt und äh dann mal schauen wie es im nächsten Part weiter geht auf jeden Fall mit dem Boss und dem Special Level habe ich bisher Angst vor die Special Level sind allgemein nicht so so 1S Sky aber der Rest war glaube ich gar nicht so angenehm egal das sehen wir dann beim nächsten Part dann gerade dabei vielleicht bis dahin und ciao bis dahin bis dahin bis dahin